willkommen zu sowieso weiter geht's so des rätsels lösung wenn das verkehrt verkehrt wir müssen erst bei ihr bei der la cora die idee die man soll selber kommen kommen können einmal probieren die zweite mitte diesmal geht sie mich an und sie ist die dritte so es können nein sehe ich nicht ja ich gehe schon los ich die schnur bleibt nur mal da jetzt kann man nämlich auch hier rein gehen wir mal hier rein wird schon mal klicken man weiß ja nie schakel gibt man das ist sie die hand von rock cool sie ist in einer art eine halterung wir können sie nicht einfach so mitnehmen jetzt die hand von rock cool wird in etwas aufbewahrt was ich glaube da stand herz schmiede und mit endlosem atem und unsäglichen zorn gibt das reinste herz die hand frei dichter sagt das bedeuten wir müssen die schmiede neu anfangen mit endlosem atem meint bestimmt belge und unsäglichen zorn ist ein hochofen das ist schon komisch ausgedrückt übersehe ich etwas könntet ihr euch nach belgen und irgendeine art von hochofen umsehen in ordnung ich schau mal nach ja ja ich sehe ich kann auch was herstellen nur cool die nun ist mit 50 erst mal aktiv machen okay ich schau mal nach was wir jetzt hier befinden das scheinbar nicht durch ein buch gar kurz tage damit vielleicht hier oben kommt man nicht weiter kommt flüssiges metall aus oder so was sie hat immer von aus die auswiesen den ausguss das aus irgendwie komisch ich komme nicht hoch da bin ich hier können wir nichts machen blaseberg hochofen ok nix gefunden wie immer ja wir sind schon zu hoch schon zu viel gelernt äh was ist denn hier nö nö ah sorry da musste niesen dürfen wir nicht herstellen können wir nicht nix nicht mal sehen was dafür eigenschaften drauf sind können wir nicht gucken ist aber irgendwie nicht zu finden hier vielleicht wenn ich erst hier wachen machen was ist mit dir auch nix hier sieht aus wie ein hochhof wieder einer stehende blöd rum im kreis gelaufen hier war noch vor nicht da ist doch schon was blaseball grad schloss nicht alle greifen an aber einige ganz ruhig ganz ruhig nicht aufregen wir haben da drüben ist noch was das mal einmal hier rum schläft wenn man es in ruhe nachschauen so du auch ja gut jetzt und die beiden machen wir nix so blaseball kann man schon was noch den hochofen müssen wir wieder zurück gut scheinbar wasser läuft schon mal man muss schon mal vorne an es läuft so da ist noch nicht da kommen wir hier abkürzung zurück gehen wir auch immer ich glaube wir können das wirklich gut ich glaube wir können das wirklich gut hier sind auch kein großes problem jetzt sollten kein kurzes problem sein egal welche klasse man man stiegelt die fallen sehr schnell um vor allem wenn man noch einen gefährten dabei hat dann sowieso die machen auch nix so einmal drüben was mit euch und erst wenn man was aktivieren werden es wohl auch zu wenig warten ja wieder welche an es ist ja kein problem kein problem für uns wir machen alles niederland schon monat war besiegt da kommt hier die mitte spring ich nicht rein ich bin bei euch meine freundin ich bin bei euch meine freundin ich mache nix auch nix ach da ist wieder welche wir haben wir auf dem weg wir können uns um den hochofen kümmern was ist da jetzt gucken ob hier noch was ist ja alles für die wächter 20.000 ok 26.000 gar nichts pipi fax da müssen wir eigentlich hin aber es sind hier noch müssen wir hier irgendwas noch aktivieren und du noch wo noch vorweg mit euch jeder fall ich nicht rein kommen ich nicht mehr raus und nicht die heiliglich nemmers urbosch und versandte schön 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 ja bin ich auch hier ist gar nix aus dem brief dabei hier drin was haben wir hier links noch ja hier wurde ich noch ein guck muss ich noch nicht aus der spinnen ohne ist aber leer hier ist nix weiter die die spinnen die stürmen gar nix das ist ein brief und zettel mokul dienst letzte lieferung stehen herum muss man dann noch da machen immer gerne mal du hast lust kommen ich einfach da so rüber durch eine rüberkommen sie leben schon irgendwie runter lassen was du nicht wie jetzt hier auch keine hebel oder sowas müssen bestimmt runter die vier ich kann nicht darüber laufen nicht so blind ja ich bin die kommen runter ein gargolben mokul dienst spielern wird so auch das jetzt herstellen gucken zumindest was das schluss auch für eigenschaften wie euch so auf einem kann ich sagen dass ich auch nicht alle kenne jetzt müssen wir hier rum wir sind auch schnell gleich da bei der schacke noch eine spinne ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin die machen nicht okay zufrieden nun zum reinsten herzen äh ja das alte klan wort für herz steht auch für blut reinstes blut mach cool blut dann gib mal gas spende mal so ein paar liter mein vater ist der häuptling von mein blut muss genügen nur ein kurzer messerschnitt es öffnet sich wie eine hand öffnet es sich oh nein was ist jetzt los die hand von morkul ist nicht unser schmiedehammer sie ist der käfig um ihn herum und wenn das alte wort meines clans für herz auch blut bedeutet dann war das hier gar nicht unsere herz schmiede es war unsere blut schmiede meine mutter meint wir wären die besten schmiede wort gas weil wir mit dem herzen dabei sind wessen herz wessen blut klaren morgul hat schon seit den tagen morgul dienst keine feinde mehr haben wir unsere rivalen an dieses ding verfüttert warte so ein kleines schmiedehammer wird geschlossen ihr habt recht die alten gedichte handeln nicht ohne blut magie aber ich kann ihn nicht einfach hier zurücklassen er ist unser erbe ich bringe ihn zurück zur festung doch was dann was sage ich meinem clan die wir sind entscheidungsfragen soll man sagen bleibt hier oder hau ab ja gute frage komm bleib hier ihr habt recht man schmiedet eine bessere klinge wenn man aus seinen alten fehlern lernt ich darf das meinem clan nicht vorenthalten vielleicht gibt es einen besseren weg diesen das meint ihr ich hörte einen donnern als ihr die schmiede wieder anfachtet vielleicht ein anderer weg hinaus solange wir nur den organ entgehen aber die paar organe so kann man jetzt hier das herstellen mäßig so gucken äh 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 jetzt könnten wir herstellen äh genau da braucht man jeweils eine jeweils steht da oben in rot ne bei drei eigenschaften freischalten ich würde wissen dass man herrschen kann äh doch gar nichts lohnt sich nicht also würde ich sagen äh ist sinnlos lohnt sich nicht gibt es andere Sachen so wie du an jetzt zum beispiel da ist viel besser viel stärker würde ich jetzt so sagen natürlich wenn er möchte natürlich hier machen herstellen natürlich aber ist äh bin ich schon sehr schwach das setz also meistens sind die herrschte waren setz sowieso nicht so gut die meisten natürlich vielleicht die starken die richtig guten gibt es ein paar aber meistens gibt man kann man in den dungeons bessere sachen finden wenn man da oft genug durchläuft und oft und viele glück hat ne aber da gibt es ja guides und bilds und alles mögliche im internet gibt es ja verschiedene seiten für wie zum beispiel glaube ich hier alles kurz bozo glaube ich das war schon so ein oder er das kurz bild das wäre schon so einer da findet da bilds ohne Ende auch von dem youtuber alexos zum beispiel macht auch für alle klassen alles mögliche bilds einfach nur mal nur nachschauen ein bisschen buchen morgen fest und zurück können ok was nur oben noch tenganatz wenn man schon mal hier sind wie sagen die man leider waschen können wir schon mal hingehen können wir die in den nächsten folgen besuchen was sind da noch höher nein jetzt nicht das hätte ich ein bisschen enttäuschend sehr enttäuschend naja egal wir haben schon mal zwei unser dornherz jetzt schon mal zwei weiteren zusammen trainer war noch nicht dass ich darunter komme du weißt dass ich enge orte nicht ausstehen kann du stellst dich an ok leute aber mit ihm und alles weitere machen in der nächsten folge von eso bis dahin schön mit dünn 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 dünn